Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Danke dass du wieder eingeschaltet hast zu Let's Play The Evil Within Folge 65. Ja und wir sind hier, wir haben es geschafft am Karussell des Todes vorbeizugehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann ey, alter. Oh, wo geht's hier? War ja klar. Hauptsache eine Tür einbaut, ne? Scheißegal ob man hinkommt. Kann oder nicht. Ach du heiliger Komis, wo geht's denn hier hin? Oi 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 Freunde, Freunde, Freunde. 500? Was ist das? Oh, Kartenfragment, oder? Yo, Nummer 18 haben wir. Können wir sonst noch was nehmen? Ne, ne? Okay, wie es aussieht, müssen wir hier runter. Oh Mann, hier ist ein A wieder. Geh damit, weh. Das kann ja jetzt was werden. Was war das jetzt? Was war das? Okay, ich probier's nochmal. Fuck, fuck. Ich kann leider die Kameraposition nicht ändern. Ah, wieder voll in die Suppenreiter. wieder voll in die Suppen hier rein. Ich mach mal das Licht aus. Okay, hier ist nur die Treppe. Und hier kann ich noch was mitnehmen. Yo. Hier kann ich so nix mitnehmen, ne? Boah. Alter, was ist das für eine Musik hier? Ach, das bin ich, ne? Schrot, ne? Na, besser als gar nix. Besser als gar nix, liebe Freunde. Und Streichhölz, oder? Yo. Oh Mann. Hm. Oh Mann. Hey. Ach du Gott. Knall das Ding runter. Uh. Okay. 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 Okay, das heißt jetzt ganz, ganz schnell hier am besten abschießen. Das Teil. Dass wir den Schlüssel bekommen. Und dann um unser Leben krabbeln, Freunde. Um unser Leben krabbeln. als we den customs an Singh und nicht zur Zeit nicht. Bachelor, weil der in dasếu Grant gingte anschauen, der will den supplросchten sein. Als wech jetzt telefonen anschauen, Peter. Der remariert, ist natürlich besser. Ich rhod die nächste stage ist einfach. jewel ist hier. Ja WEisle immer? Ich hab es einen Tipp. Das Turns. Und du quasi ist es so wichtig. Sauber und du Qu reframe die visitation! Und da, mit den Bine sind zu sehen. Was sind das für Foltergeräte, Alter? Sehr schön, nochmal zweimal gehen. Hier haben wir noch Muni. Ach, ich kann leider nicht nachladen. Und die Spritze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die nehme ich gleich. Komm, was soll der gar jetzt? So jung kommen wir nie mehr zusammen und die Spritze. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ne? Oh, da ist eine Tür. Gehen wir da nochmal rein? Scheiße, da können wir sogar rein. Ist da jemand? Okay, wir haben ja eine Axt. Uah, Alter. oh fuck shit 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 you idioten Was ist denn? Ach, die lebt immer noch die Schachten, Alter. Dann kommt zu Papa. Ja, komm. Ja, wo denn? Wo ist der? Hinter mir nicht, okay. Ja, wo denn? Was denn? Ach, da ist er. Wir nehmen das auch mit gleich. Oh, nein, nein! Okay, okay, okay. Jetzt wissen wir, wo der Hase läuft, ne? So, alter Verwalter, alter Verwalter, die Werkzeuge des Meisters, ja, ja, habe ich mir schon gedacht, ne? So Fold-Instrumente, das ist ja ganz Ruvik's Ding, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die Ruvik meinen, ne? So, wir nehmen hier erstmal das Gehen mit, sehr schön. Und den Schlüssel nehmen wir auch noch mit. Sonsten, was gibt's hier noch? Spritze, yo! Sonst noch was? Sonst noch was? Yo, hier habe ich noch was. Was war das? Egal. Was war das? Waren das zwei Spritzen, die, ne? Oh, wir laden nach. Oder? Wir laden nach, Freunde. Sehr schön. Kommen, wir gehen noch da rein. Gehen wir nochmal da rein, oder? Aber diesmal werde ich was entern, und zwar werden wir das nehmen. Hm, gehen wir da nochmal rein, komm, da gehen wir nochmal rein. Ich mache das Licht aus, die Vollpfosten wissen ja sowieso, dass ich da komme. Und wieder. Und wieder. Schüt, 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 schüt. Scheiße, der lebt immer noch, der Penner, alter. Uh. Shit, 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 ich muss mich mal hier kurz ausruhen, Freunde. Obwohl, ich habe ja eine Spritze, ne? Ich habe sogar drei, alter, was geht denn hier ab? Uh. Uh, du Penner, alter. Du blöder Wichser, echt wahr. So, wir probieren unser Glück hier nochmal, Freunde. Sehr schön. Wo sind wir hier? Gel, Baby, gel. 7000 haben wir wieder schon. Oh, da ist noch was. Wie konnte ich das vergessen? 100. Hier haben wir noch mal eine Bombe. Ui, die werden immer kleiner, ne, die Felder. Oder mal, da geht noch was da. Wir haben alles voll, alter, ne, krass. Wir haben alles voll. Wir haben hier nochmal so ein Teil. Also, gib mal Ruhe, Junge. Okay, jetzt wird es aber eng, ne? Jetzt haben wir nur noch den Revolver. Oder wir schlagen uns mal wieder entlang, ne? Hier ist noch ein Rätsel. Beziehungsweise eine Falle. Die entschärfen jedoch glatt. Und kamen wir hierher, nie, ne? Oh, shit, ey. Wo sind wir hier gelandet, alter? Und zwei Streichhölzer. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Ja, ihr merkt vielleicht schon, ich bin recht ruhig. Das liegt daran, weil ich sehr, sehr angespannt bin. Ich möchte mich doch hier mal entschuldigen. Für diese angespannte Situation, beziehungsweise für dieses etwas ruhigere Let's Play. So ist es hier so rot. Okay, da ist bestimmt was drin in hier. Oder? Oh, man, oh, man. Wo führt der Weg hier hin? Hört ihr das auch, dieses Schnaufen? Das bin nicht ich. Was war das? Oh, man, oh, man, oh, man. Tut mir leid, dass ich hier gerade nicht... Ach, du Kacke. Da möchte ich auch nicht dazwischen sein, gerade. Geht's hier hin? Boah. Okay, Freunde. Okay, Freunde. Auch sehe ich, hier kam er ja her. Können wir hier noch hin? Huh, Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Liebe Freundin, ich hätte gesagt, lassen wir es bei dieser Folge. Es sind zwar nicht ganz, oder es sind 18 Minuten gerade mal, aber es bleibt spannend, ey. Ich muss mal kurz eine Pause machen, das ist echt sehr, sehr, ja, kraftraubend und zehrend. Das Ganze hier in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within. Ciao. Tada, jetzt stelle ich mich hin. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within. Tschüss. Ich liebe